Nichtsdestotrotz war es der Name, den wir alle fortan benutzten. Wir nannten ihn Hellboy. Hinter dieser Tür befindet sich eine finstere Kreatur. Naja, dann geh ich mal rein und sag Hallo. Hey, Stinky! Schlossmänner ist mit Wachmänner plus Stiefel plus Gürtel oder was? Mann, das dauert die Kugel. Wie wär's, wenn wir uns einigen, ganz nett und unkommend? Oh, Kacke! Ich kann aus dem Reich des Bösen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020